ja hoi und warum mein name ist dann die rülping und ich begrüße euch zurück zu let's play it heads of asperia die definitiv edition flint 1 von mich definitiv definitiv wir haben es im letzten part mehr oder weniger lebendig zum speicherpunkt zurück geschafft mit mehr oder weniger meine ich dort juri tot war und es ließ noch im leben war halbwegs und ja ich habe zurück zum curry geschafft habe mich hochgehalten damit und ja wir versuchen ja mal weiterzukommen wir haben glaube ich keine items mehr wir haben nur noch es ließe es erste hilfe zauber und ja wir müssen gegen drei gegner auf einmal kämpfen wieder näher also nicht gut sehr holpriger anfang ich glaube das spiel wird demnächst irgendwie bekannt als das schwerste spiel auf diesem kanal ich glaube nicht dass ich jemals so einen schweren anfang hatte bisher mein taser und wechsel ja und so war ja auch schon halbwegs schwer aber das ist ja richtig brutal noch einmal bitte hoch ja danke gut ja sehr gut weiße wenn nur noch einer übrig ist dann rennt er weg anstatt irgendwie wenn alle drei noch da sind dann gehen sie alle auf mich los und ich habe keine chance irgendwie näher an hier ranzukommen weil habe ich drei leute auf einmal angreifen nach und ich jetzt bin ich was ach ich kann hat von aufnahmen nehmen ich habe eine abkürzung geschaffen ich habe gewusst welche losgehalten jetzt hat es die sache wenn man ein spiel zum ersten mal spielt ne herkommen jeder geben halbwegs erfahrungsgute und es ist noch ein gegner gott sei dank wie kann man den charakter wechseln kann man den charakter irgendwie wechseln da muss ich ja erst freischalten das ist ja bei jedem spiel so ich würde erst mal ihr lebend rauskommen also erst mal gerne in ein gebiet kommen wo ich auch frei irgendwie sachen kaufen kann oder irgendwo übernachten kann und so jederzeit also überall ist sich reizt hier habe ich so für so ja erst mal hier durchgehen dann sehen wir weiter aber jetzt gehen sie nicht alle auf mich los anscheinend der einen rennt schon wieder weg da geh mal weg nein nein ich habe noch getroffen nicht die krise servoschlag drei normale schläge in die fresse aber gut gemacht juri ist kurz vor mir ab drei oagen schon gummi ist gut wer ist mit abwürgen sie sind glaube ich ein bisschen wertvoller moment und hier ein einkommen ich war ja auch noch platt und ein freund auch mich um mich einzeln da kommen sie alle auf mich los wo ich dann einer an der haupt schon wieder ab hey finger weg von der muss mich noch ein aber das spiel mit einem verfolgen waren da wo ich dann an ich bin dann blocken möglich aber hey finger weg mich anfassen bei der faktor war nicht danke nein ich einfach er sagt normalerweise immer so ja die kraft durchströmt mich irgendwie so was da ist wahrscheinlich auch wieder eine abkürzung ich raten ich würde sie uns die ganze zeit ein bisschen weniger arzt als ich habe ja nicht schon wieder leicht irgendwie im boss kampf kommt oder so dann will ich da doch schon mal sagen ein bisschen halb lang tank des lebens naja wir tun hier mehr oder weniger eine abkürzung schaffen zu den vorherigen gängen was gut ist glaube ich mal ein paar gegner jetzt mal gucken ob und speicherpunkt oder so ist mir werden wir gesehen suchen dass sie meinen anderen weg okay erstmal die trottel land waren schon ich brauche auch keine orangenen gummi ja unter der statue hat der eine kollega gesagt und der exe hat um etwas zu nehmen sie erschienen und weg mit okay julio zeigte ich und schon wieder so ein ding was trinkt vielleicht ihr macht über den himmel in zwei flüge bei ausweiten wird sie im gleichen dann steils nicht bitterlich weinen dann wird sie zweite tür öffnen schon wieder so mit dingen so ich muss x rückteilen dann kann ich etwas nehmen dann kann ich auch sie nehmen weil wir im raum suchen wie zum teufel zieht er etwas auf diese weise es hat nicht geklappt ob sie sich die ein na ka naka いう ich kann na Wir haben den Ziehen gerade verletzt oder was? Das gleiche, wenn ich rausröse, die Gegner, was macht das Ding da? äh, äh, äh... So, ich werde dich nicht verabschieden. Yuri-san, du bist auch schon vor! Oh Gott. Oh Gott. Kampferbund, oh Gott. Äh, kannst du mal... Ich hab gar nichts, nein. Ich hab gar nicht mehr so eine Linse zum erkunden. Aber weg von mir. Weg von mir. Ich kann ihn noch nicht mal treffen. Ich muss echt so angreifen. Okay. Aber ich mach nicht so viel Schaden wie die anderen Soldaten und so. Ritter, meine ich. Aber das könnte nervig werden. So ein... Oh, okay. Die machen aber nicht annähernd so viel Schaden wie. Ich muss sogar so unten angreifen, sonst kann ich die gar nicht treffen, ne? Ich bin gespannt, wie viel abend. Ich hab genug tp. Also, komm mal her. Vielleicht gibt's ja irgendwie so gestärkte Werte bei den ganzen Arzt, die irgendwie mehr Schaden gegen bestimmte Gegner machen. Also, Zerbausschlag. Vielleicht macht das mehr. Ich weiß ja noch nicht. Ich wollte putzig, wie sie kämpft, wie mit dem Schild so zurückläuft und hat gesehen. So, ihr hinterlasst bitte ein paar Apfelgummis. Ja, jetzt habe ich die so. Ich hab mit denen angefangen, ich nicht getroffen. Okay. 152 erfahrungspunkte. Magisches Auge. Also, gut. Einfach töten. Einfach zuhören. Einfach zuhören. Auge eins zuhören. Joschana, du sagst, sie haben seine Sachen Hammer mit dem müssen. Und wenn sein, was ihr hieber und so nach unten solltet, dann ist das für mich die Ich will nicht mehr losstellen. Ich hab mich auf einen Geschmack-Krepp-Krepp-Krepp-Krepp-Krepp-Krepp-Krepp-Krepp-Krepp-Krepp-Krepp. Ich bin nicht aufgeregt, dass du dich nicht dankbar hast. Ich wollte mich nach外, weil du auch gleich bist. Das ist doch gut. Aber ich kann nicht dankbar sein, was ich nicht dankbar. Das ist doch egal. Ich muss mich nicht aufgeregt. Ich kann mich nicht aufgeregt, wenn du dich nicht aufgeregt. Ich kann mich nicht aufgeregt, dass du dich nicht aufgeregt. Das ist das, was ich. werden die statue wieder zurückgeschoben dank des lebens kommen ja er war nicht so schwer und ich habe jetzt ein paar liegen so warum ich das mache ich mache das damit wahrscheinlich irgendwann wenn ich ein monster buch oder so bekomme ja p immer sehr außerdem wenn ich einmal ein bestimmtes monster oder einen bestimmten gegner analysiert habe dann sehe ich wenn ich mehrmals gegen diese gegner kämpfe immer wieder die hp von denen also ich habe ja nur bei dem einen hier die magische lebens eingesetzt und ich kann jetzt von allen die ap sehen also ja deswegen möchte ich da teilt mir am liebsten es ließ aufspielen aber die probleme ist dies gerade unsere einzige heilerin also keine ahnung wenn ich jetzt hier wenn ich jetzt zu ihr wechsel dann ist ja niemand zum heilen übrig im moment also ja kann ich ja machen wenn irgendwie in einem besseren ort erst mal bin gar keine ahnung ich kenne doch genau hier schon alle wieder die hat spiele zu bleiben die spiel nur juri das ganze spiel war so läuft hat den meisten let's place up die ich von tels auf spielen sie bestimmte personen spielen immer nur den hauptcharakter die hauptcharakterin und auch nur irgendwann mal einmal zu wechseln und ja bei mir ist hat nicht so also wenn er sehen wir wie andere charaktere immer gespielt werden dann seid ihr ja richtig er kann das ganze spiel aber nur ein charakter zu spielen finde ich ein bisschen langweilig also verwechsel ich doch schon meistens hin und her in den meisten fällen sind auch so dass ich andere charaktere mehr spiele als den hauptcharakter immer mehr nicht in allen fällen von die gerade das ist hier hat man ja nicht viel glaube es du liest versteht irgendwie nicht diese ganzen sprüche ich habe mir die juri einen neuen technik gelernt dann sieht man ja nicht manchmal sind hier die techniken noch so eingegraut wenn man gerade davor ist sie zu lernen ich dachte er hat vielleicht in dem spiel auch so ja vielleicht lernt sie nichts auf level 7 also weil sie ja nicht jeweils eine neue technik gelernt werden dann ist dann mitten im kampf also habe ich mich gewundert aber dann habe ich mich daran erinnert er ja da war ja in den älteren spielen so wenn sie die offizielle heilerin ist würde ich sagen paulheimer wer nächster angriff den sie lernen würde erlernt und ja so geht das dann werden neuen der neue technik gelernt eine neue art flissenheit anfänger zauber steiger vor übergehen p angriff eines freundes da kann man ja mal einsetzen ich erinnere jetzt meine strategie nix ich setze überwiegend zerbausschlag ein weil ich habe schon weil ich gegen die ganzen ritter erkämpft habe schon so viele nutzungen von azurschneider und ja ich weiß nicht wie hat ja in diesem spiel abläuft aber in tales of database war es zum beispiel so was den angriff 50 mal eingesetzt und den angriff 50 mal eingesetzt und dann hat man irgendwie eine kombinations angriff gelernt also weil nicht weil wir sind jetzt so an zur steuer und zerbausschlag keine ahnung wenn ich jetzt beide sachen 100 mal einsetze so tue ich jetzt mal hier so annehmen dann bekomme ich eine verbindungsattacke wie irgendwie weil ich als zur zerbausschlag heißt oder so zwei angriff auf weiber also so liebe sind in tales of the abyss also besser nicht wie das hier läuft also muss ich ja noch alles herausfinden ich nehme an so einige bekannte funktionen werden hier schon zurückkehren ich glaube in tanzösischen folie aber auch so dass einige angriffe mit 50 mal so eingesetzt keine ahnung was weiß ich nicht dämonen fangen irgendwie dämonen zahlen weil ich 200 mal eingesetzt hat irgendwie doppelte dämonen zahlen oder so gelernt ja weiß nicht wie hat hier so abläuft aber werde ich auch schon daraus finden ich will es auch nicht wissen falls hat irgendjemand weiß also vielleicht schon alles herausfinden und wenn nicht dann dann habe ich halt nicht ausgefunden also mir wird der spaß nicht verdorben ich glaube ich mal ein bisschen normal nämlich mein tp wieder krieg und nach dem kampf kriegt man ja auch tp zurück hier der kriegerwesen ist vernünftiger fangspunkte wenn ich mal richtig aussetzen diese blöden ritter die haben nur 15 erfahrungspunkte oder so gegeben wenn ich vorangekotzt so ich kann nur diesen flächen hier bewegen 150 galt habe ich auch eine menge dreck ich habe ja mit dem anruf nicht mich hoch waffen gut hier angriff als physische angriffen denn sie hat sich selber auch gemacht verdammt im moment sehe ich auch noch gar keinen grund sie zu steuern weil sie hat keine kampf angriff also wenn man hat basis arzt heißen die hier in dem spiel also physische angriff sowie datia datia jetzt nur zauber also weil ich ein charakter zu spielen der not zauber einsetzen kann und keine physischen angriffen sind meistens nicht so gut weil da ist der computer irgendwie besser dran der computer auch einfach nur ein knopfdruck drücken und dann zauber ich meine kann man auch wenn man selber den charakter spielt aber keiner wird automatisch halt gemacht also normalerweise immer gut man spielt irgendwie die physischen charaktere und die magier sind im hintergrund halt dann kümmert man kümmert man sich sozusagen selber um die gegner mit seinen physischen schnitten charakter der computer tut die ganzen zauber machen also die beste strategie enthält auf spiel aber schauen neueren teils auf spiel da kann man ja jeden charakter irgendwie zu allem benutzen ganz irgendwie magischen charakter irgendwie physisch angreifen und so das war nicht so effektiv aber in neueren spiel ist halt so ein bisschen vielfältiger aber schauen sind also nur so spekulationen also spekulatien kann ja alles genau anders sein soll ja gebe ich habe liebste test auf spiel sein laut der hülle erhalten er auf der rückseite naja vielleicht unterschätzt sich das spiel ein bisschen die gegner sie sind aber auch wirklich nicht stark gut wenn sie in ein post nicht irgendwie nach diesen dann hier rein packen können mit 15 erfahrungspunkte retards hoch zu trainieren aber ganz schön eintönig und hat lange gedauert also ja schon wieder auf zwei stücke aber ich habe 13 von diesen linsen schokoladen sind dann 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 war die dann schnell durch ein bisschen länger sein können wenn du mich fragt ging ja wieder ab aufwärts wir sind draußen gut kann ich so alt sei sie sei vai ab für gummi holster kaufen und ich bin bisschen sicherer fühlen Das ist großartig. Ich habe das erste Mal gesehen, wie ich hier in der Stadt komme. Das ist... Na, wenn ich die Stadt in der Stadt komme, dann kann ich nicht so gut gehen. Ja, das ist so. Na, das ist alles gut. das falsche ist natürlich beschissen das timing wir werden ihnen das ganze spielern über folgen so läuft so hübsch oder kommen wir wieder runter wenn wir wollen nein mein erfahrungs gut dahin kann man nämlich mal nicht weil sie sagen hat gehört uns adligen ja ich habe eine adlige bei uns macht er jetzt wie sehr komisch wir laufen die ganze zeit mit schwert augen überhaupt nicht auffällig oder so ein typen welchen steigen gegen kopf geworfen habe man ist das peinlich ja war ich noch nicht die lokom das schloss was die leute die noch kommen das schloss und unsere selbstständliche häuser zu begrafen sind wirklich lässt sich ein bisschen schwer vom griff ich meine natürlich leute wie dich du da was für die einem schlafen zu kaum zu laufen überhaupt ein anderer macht der macht nur monatisch nacht man habe ich noch nie gesehen du also sah unsere situation letzte mal wir sind jetzt wieder draußen und in sicherheit eine erwachen dort drüben kam ein stein an den kopf und fiel um richtig um lächerlich nicht wahr ich war diese wache weiß so diese rüstung ist in wirklich halt sehr dünn ich wünsche sie würde uns mit etwas solideren panzern ausstatten es wie beim sturmtruppen von star wars ne genau ich will ausglaufe ich vielleicht mal sehe ob man die treppe da hoch kann aber ich nehme an nicht ne ich nehme mal an nicht so von rechts bin ich gar nicht gekommen da unten und ich mal reingehen und da kann es geht es verschlossen vorlieg schloss zafias und das schloss vier ist ihre sie sind sehr mäßig ist kaisers nicht dass wir zurzeit einem hätten gut stimmt da war ja was dann muss er mal zurück nach unten hier geben ich kann die ausrüstung kaufen irgendwie gesagt für könnte uns helfen ich will einfach nur sicher gehen dass so eine katastrophe nicht noch mal passiert also deswegen gehe ich die ganze zeit hier von euch will laden und also hat wir sind hier du kaufen ja ich kann 15 sachen tragen sowie in jedem anderen wir verkaufst sogar sachen warum sagst du mir hat denn nicht ach das war das irgendwie okay wollte schon sagen ich kann neue sachen kaum ich dachte ich habe diese sachen kann die man sind in dieser einiger ritter wasser und also wird keine ahnung ich verkaufs lieber nicht ich warte mal immer weil ich jetzt ist ja wichtig hatte die einbeigen kann ich jetzt verbrügel noch ich hatte voll probleme gegen die er wirft sie einfach mit einem stein habe genau wenn es doch nur so wäre wenn es nur so wäre jetzt muss ein bisschen mit mir arbeiten so ne muss ich schon hier nimmt mit zwei anpassen ja 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 guter holt Wolf. Garano. Panza? Ja. Aqueblastia hat auch durch die Wasser geflogen und es hat sich geblieben. Wenn man nicht mehr Angst hat, dann kann man sich nicht mehr schlafen. Man kann es nur noch ein bisschen mehr Wasser geben. Ja, das ist aber noch ein bisschen länger. Und wenn man sich die Hügel verletzt, dann kann man sich nicht mehr schlafen, dann kann man sich nicht mehr schlafen. Man kann nichts tun, und man kann sich nicht mehr schlafen, dass man sich nicht mehr schlafen kann. Okay. dann gehen wir mal zurück zu unseren hund und die tasche sprechen sie ja nicht noch mal mit jedem bewundere mich was ich also verhaften lassen was juri du vollidiot aber so bist du noch mal eben noch nicht zurückgekommen ist habe ich den kalt sämtliche oberstadt allererigen habe ich geredet also nicht gesagt ich bin voll cool und so kannst du sagen ich mache mich vollidiot zu nennen war ich bin kosten junge respektive mich hat sie eigentlich auch ein titel und vielleicht mal gucken nach fertigkeiten das genau wie in excel jahr zwei kosten junge vielleicht ihm aber persönlichen note schlossheilerin heilerin normalen paar was war ich weiß titel beeinflusst irgendwie das wachstum der charaktere also wenn ich die titel ändert dann weil ich gehen einige werte irgendwie höher je nachdem hat für die dich ausgerüstet habe aber ich weiß gar nicht die wendings waren gezahlt also durch die weil ich später irgendwann weg sind ich sollte öfter speichern und weil ich habe mich dann lieber dass nichts passiert aber trotzdem und hey warte mal kann man sich ausruhen ja gratis heilen augen aber mein und ist nicht hier ich kann jetzt fragen war da speichern einfach weil hier ja ich habe nicht wechseln da geht eine aufnahme nicht dann habe ich den salat salat gut okay dann müssen wir hier raus müssen mordio verfolgen und hier geht es nach draußen ja 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 nein nein Was ist das? ich habe mich gefragt wer sie ist oder so oder warum sie um sie folgt ich suche immer noch einen gebiss man irgendwann eine quest was los was ich habe mich sommer nicht ich habe ich habe danke 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 kein abgummi aber ich habe genug gekauft warum haben wir uns so überhanden sollte natürlich kann man annehmen ob wir uns so überhören so wie wir uns da haben ja das ist was das ist es war ja ich weiß das das ist das mann niederloch ja russisch nach esther ich habe angeschlossen sehr wohl mehr ist so besser ja ich wusste schon hat der raum spielbar hat alles klar wir sind auf der weltkarte weiß nur gefressen werden ja wir fressen die monster genau eine menge monster bekämpfen also eine sehr gute erinnerung haben oder sind gerade aufgetaucht okay repeat ja mein ja mein hund an unserer seite warum nicht kann leider nichts hätte trägt eine strecken und sagen schein und bauch wärmer wer ist level 6 schallhund warum nicht wird man auch mal noch ein bisschen hier rum und gott also ein dritter kann ich brauche da rein ich wollte mal gucken na ja warte magisches auge magisches auge zeigt mir die alles können und so ich habe das gefühl rein wird so einer tagesordnung sein in diesem spiel also muss ich halt viel davon machen kann man irgendwie den karakter nicht wechseln kann so ne ja ich kann ja mal nicht die gruppe ändern nehme ich an mein kampf hat augen wie gehen hallo und zwar erst freischalten wie in tats of davis da muss man ja einige gameplay funktion es lauf des spiels freischalten also ja ich glaube irgendwie stadt zu rennen sei sowas einer titel kombo neu wenn wir das mal im titel ändern wie ein charakter er ist nicht mehr in der gosse wir sind jetzt draußen schwert kämpfer kommen wir sind noch nicht mehr entschloss also heilerin besser freundes menschen hundekrieger habe ich dank der unterstadt ko quasi intest noch nicht ein die INconfidence ich muss reaktion ich wollte gucken ob ich hier wieder rein kann okay reiten sind irgendwie so zelt oder irgendwie so was du neuer gegner also nicht neue gegner ich kenne diese viecher aber im moment pflanzen fischer zahnschlag ja ich habe ein level ab ging ich nach unten und zum abschluss einen aufwärts haben dann kriegen wir schon eine richtige vielfall attacken nein keine ruhe irgendwie abstellen das hat hier noch alles irgendwie lernen nein ich war gut einsetzen wir brauchen nicht unbedingt ist der ich brauche die leiste jetzt heißt es bei juli sie so genannt hat wie kann ich jetzt ok standard gemäßigt ok kann ich irgendwie einstellen weil wegen freiwahl ich kann ja nicht irgendwie objekte einmal ausstellen das gehen also bei kb gleichgegner wie ein spiel angreifen bei bewegen promotion halten da steht aber nicht verwenden im moment noch nicht also dass die lese einen spitznamen oh ja die stelle da heute so ok kann man die reihe betreten ja jetzt muss ich da hin wir sind schon weit weg von der hauptstadt ja ich frage mich ob wir jetzt sicher sind ich werde zu sagen diese keller sind wie die kletten wie gegrüßt hallo wir kommen neben der reisende das ein geschäft ist die arbeit zum könig der abenteurer wo sowohl da kannst du nicht ein klein wenig freundlicher sein entschuldigung karen bitte verzeih seinen misswohnen mein name ist karen das switch für eine gaststätte auf rädern sieht sich der könig der abenteuer nicht auf etwas anderes etwas bekannteres der wurde des verstorbenen kaisers seine hoheit regeln wurde wegen seiner unbändigen abenteuerlust so genannt genau wir benannt uns nach seiner hoheit regeln das stimmt wir respektieren ihn sehr dann ist das ein ziemlich guter name also seid ihr beiden verheiratet heiratet ich sehen wir denn aus wie ein ehepaar ich hatte mich vor getäuscht es tut mir so leid in dem müde seid möchtet ihr vielleicht hier bei uns übernachten was sollen wir machen warum nicht klar wir übernachten hier fantastisch vielen dank endgut oder bitte es tut mir leid es tut mir so leid nein nein ist schon gut na wie hängt da habt ihr gut geschlafen ja vielen dank ich habe unsere wege wenn sich irgendwo wieder unterwegs kreuzen ja das hoffe ich auch tschüss geil ich freue es meinerseits repeat ich habe kaufen da wäre sehr gut da geht es weiter ich weiß nicht aber jetzt die mir geht es gut und er will zum kirche aber da möchte ich für 50 grad ausruhen kannst du jetzt wieder kommen danke zurück zur feldkarte und dann geht es da oben in oder nicht wir kommen gar nicht da oben hin ich würde mich aber sagen hat recht für diesen partner 48 minuten hier speichern ja ja gut ich sage ich bin die partie ja wir sehen uns in der nächsten folge wieder aber wenn es wieder ist tales of vesperia definitiv edition ja aber ich werde das projekt und mit den das noch ein like ein abo ein kommentar hat wäre sehr nett von euch und tschüss so Untertitelung des ZDF, 2020